Kapitel 28 Der Brief Nach ein paar Stunden landeten sie in Barcelona. Es war warm und Hermine musste sich erstmal an das Klima gewöhnen. Isaac bekam mit, dass Hermine in Gedanken war. Ist alles okay? Hermine schreckte auf und sah ihn an. Ja, alles gut. Der blonde Mann am Flughafen, war das dein Freund? fragte er nach. Sie sagte nichts und nahm ihren Koffer. Ah, habt ihr euch gestritten? fragte er nach. Hermine sah ihn an. Lange Geschichte, aber ich will nicht darüber reden. Musst du auch nicht. Es geht mich ja nichts an, aber wenn du doch reden willst, kannst du mit mir reden, bot er ihr an. Danke, flüsterte sie. Isaac pfiff nach einem Taxi, der sie zur Unterkunft bringen sollte. Als sie dort ankamen, wurden sie schon von dem zuständigen Amt erwartet. Ah, sie müssen wohl Miss Granger und Mr. Brown sein. Sie nickten beide. Es freut mich, sie kennenzulernen, sagte Hermine. Sie reichten sich die Hand. Wir erwarten sie beide dann um 16 Uhr im Beratungsraum. Bitte bringen sie alle Unterlagen mit, die sie bis jetzt über Mr. Williams haben. Als sie angewilligt haben, gingen sie auf ihr Zimmer und packten aus. Hermine, die gerade dabei war, ihre Kosmetiktasche auszuräumen, entdeckte die Kette von Draco. Jeannie muss sie harmlich eingepackt haben. Sie nahm die Kette und drückte sie an ihre Brust. Draco. Es klopfte an ihre Tür. Hermine! Sie trat aus dem Bad und öffnete die Tür. Da sie ein Durchgangszimmer hatten, war sie nie alleine. Ja, was gibt's? Dein Zimmer ist ja größer als meins. Das ist unfair, witzelte er. Ich bin ja auch eine Frau. Ich brauche mehr Platz als ihr Männer, konterte sie. Er lachte und entdeckte auf dem Bett den Anhänger, den Scorpius Hermine kurz vor dem Abflug geschenkt hatte. Spielt einer von deinen Freunden Quidditch? Sie drehte sich zu ihm um. Wieso fragst du? Ihr Blick fiel dabei auf den Anhänger, den Isaac in der Hand hielt. Wer sind Scorpius und Draco? Haktte er nach. Naja, Draco ist mein Freund und Scorpius sein Sohn, antwortete sie. Er sah sie überrascht an. Du meinst doch nicht wohl Draco Malfoy, oder? Doch. Wieso kennst du ihn? Fragte sie interessiert nach. Wer kennt ihn nicht? Er war doch Sucher bei den Sutherwins und nach seiner Schulzeit hat er doch für die englische Mannschaft gespielt, wenn ich mich nicht irre, sagte er. Äh, ja genau, antwortete sie. Aber ich frage mich, warum er dann aufgehört hat, grübelte er. Naja, er lernte damals seine Frau Astoria kennen und sie wurde schwanger und von da an wollte Draco nur noch für seine kleine Familie da sein, erklärte sie. Ach, so war das. Aber es ist schon traurig, dass sie dann starb. Weißt du woran? Wollte er wissen. Hermine sah ihn etwas wütend an und er merkte, wie dumm diese Frage war. Oh, tut mir leid, ich, das hätte ich nicht fragen sollen. Er gab ihr den Anhänger und sie hängte ihn an ihr Handy, damit sie immer bei ihr waren. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich jetzt gerne mich frisch machen und du solltest gehen, sagte sie. Okay, sag Bescheid, wenn du fertig bist, sagte er und ging. Hermine nahm ihr Handy und schrieb Ginny eine Nachricht, dass sie gut angekommen ist. Danach zog sie sich aus und ging ins Bad und sprang unter die Dusche. Nach einiger Zeit war sie fertig und wickelte ihre Haare in ein Handtuch. Sie schaute auf ihr Handy, um zu gucken, ob Ginny ihr geantwortet hatte, aber sie hatte keine Nachricht von ihr, sondern von Draco. Bist du gut angekommen? Sie antwortete ihm schnell. Ja, bin ich. Ich habe um 16 Uhr ein Meeting, wegen dem Fall. Als sie in ihrem Koffer nach den passenden Sachen suchte, die sie sich für das Meeting anziehen konnte, entdeckte sie ein Shirt, was nicht ihr gehörte. Sie wühlte etwas, um besser heranzukommen, und auf einmal schoss ihr ein Geruch entgegen. Dieser Geruch war kein gewöhnlicher, sondern der Geruch von Dracos Aftershave. Es roch leicht nach Ingwer, was temperamentvoll und abenteuerlich wirkte. Sie holte es heraus und roch daran. Wie zum Teufel kam das in meinen Koffer? Ihr Handy piepste und riss sie aus den Gedanken. Es war eine Antwort von Draco. Pass bitte auf dich auf, versprich mir das. Sie lächelte und schrieb zurück. Ja, aber kannst du mir mal bitte erklären, wieso dein Shirt in meinem Koffer liegt? Draco antwortete schnell. Fragt Ginny. Sie meinte, du würdest dich freuen, wenn du was von mir dabei hättest. Hermine antwortete Draco erstmal nicht und schrieb Ginny. Ginny, wie kamst du auf die Idee, mir ein Shirt von Draco einzupacken? Du weißt doch, wie ich zur Zeit darauf zu sprechen bin. Ginny antwortete gleich. Ich weiß, Mine, aber ich dachte, du würdest dich freuen. Sie schrieb zurück. Ach, Mine, du meinst immer zu gut, aber ich bin dir nicht böse. Ich melde mich nachher wieder. Ich habe gleich ein Meeting. Das Shirt legte sie auf ihr Bett und holte ihre Sachen aus dem Koffer. Sie zog sie schnell an, ging ins Bad, kämmte sich ihre Haare und band sie hoch. Die Kette von Draco legte sie sich auch um. Sie war glücklich, dass Ginny daran gedacht hatte. Isaac, ich bin fertig, sagte sie und klopfte an seine Tür. Er öffnete die Tür. Ja, können wir los? Ja, ich bin soweit, antwortete sie und gemeinsam gingen sie zum Meeting. Dort besprachen sie alles, was wichtig war und wie sie am besten vorgehen würden. Die Kollegen erzählten davon, dass dieser Xander Williams sehr frauenfeindlich ist und es nicht hinnehmen würde, von einer Frau in Verhör genommen zu werden. Wann ist der Gerichtstermin? Fragte Hermine nach. In sieben Tagen ist der Termin zur Vorladung, wo er sich etwas äußern kann und... Und vierzehn Tage später ist die Verurteilung. Einen Tag vor ihrer Abreise wird er von den Auroren abgeholt und sie werden ihnen alles berichten. Hermine, sagte einer der Kollegen. Hermine nickte, als Zeichen, dass sie dies verstanden hatte und somit war das Meeting vorbei. Sie gingen auf ihr Zimmer zurück und Hermine legte sich aufs Bett. Neben ihr lag das Shirt. Ich wünschte, du wärst hier. Es war der Tag des Gerichtstermins. Zwischen ihr und Draco wurde nur das Nötigste gesprochen. Es klopfte an ihre Zimmertür. Miss Granger, sind Sie da? Ich habe einen Brief für Sie, sagte ein Page. Hermine öffnete die Tür. Einen Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich sollte ihn Ihnen nur abgeben, antwortete er. Sie nahm den Brief. Danke. Schönen Tag noch, antwortete er und ging. Gleichfalls, sagte sie und schloss die Tür. Auf dem Brief war kein Absender darauf. Hermine öffnete den Brief und las. Hermine, ich schreibe dir diesen Brief, weil ich dir etwas sagen muss, da du mir ja sonst nicht zuhörst. Ich kann verstehen, dass dich die Situation belastet und du enttäuscht bist. Ich weiß auch, dass Vertrauen zu schaffen schwer für dich ist. Ich verstehe auch deine Reaktion, aber bitte vertrau mir. Ich weiß, wie du dich fühlst, wenn du so etwas sehen musstest, aber ich habe mit all dem nichts zu tun. Ich war in der Winkelgasse, um den Besen für Scorpios abzuholen und durch einen dummen Zufall arbeitete Pansy dort. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den Besen dort nie bestellt. Glaube mir. Sie hatte mich dann gefragt, ob ich mit ihr ein Butterbier trinken will, wegen der alten Zeiten. Naja, und da sie nicht locker ließ und ich nochmal nach Hause kommen wollte, willigte ich ein. Zum Butterbier kam es dann nicht, weil sie lieber in den Eissalon wollte. Ich tat ihr diesen Gefallen und wir unterhielten uns erst ganz normal. Sie fing dann auf einmal mit Astoria an und, wie ich es finde, allein zu sein und auch wegen meiner männlichen Bedürfnisse. Ich ging erst gar nicht darauf ein. Ich bin auf die Toilette gegangen und als ich zurückkam, wollte ich sie schreiben, aber da war mein Handy weg. Ich dachte erst, ich hätte es zu Hause gelassen. Auf jeden Fall fing Pansy dann an, mir Komplimente zu machen und schlug mir schlussendlich vor, mit ihr eine Freundschaft-Plus-Beziehung zu machen. Ich sagte ihr gleich, dass ich daran kein Interesse habe, aber sie ließ nicht locker, bis es mir dann zu viel wurde und ich gehen wollte. In diesem Moment zog sie mich zurück und küsste mich. Ich konnte so schnell nicht reagieren, macht ihr aber dann klar, dass es das Letzte war, was sie getan hat. Am Ende stellte sich dann heraus, dass der Kellner mein Handy gefunden hatte und ich mich auf dem schnellsten Weg nach Hause zu dir machte. Und leider weiß ich auch nicht, wer diese Bilder gemacht hat, aber ich schwöre dir, bei allem, was mir heilig ist, ich werde es herausfinden. Du glaubst, dass unsere Beziehung am Ende sei? Du glaubst, dass unsere gemeinsame Zeit langweilig sei? Du glaubst, dass du mich auch von dieser Ansicht überzeugen könntest? Du glaubst in dieser Hinsicht wahrlich nicht das Richtige? Im Zuge unseres Abschieds haben wir beide gespürt, wie groß unsere gemeinsame Liebe noch ist und was sie alles schaffen kann. Wir haben gemerkt, dass sie uns viel bedeutet und dass wir beide zusammen für sie kämpfen müssen, wie zwei Löwen im Käfig. Wenn wir an sie glauben, dann hat sie eine Chance, auch diese Zeit zu überdauern. Wir werden nur daran wachsen, denn unsere gemeinsame Liebe wird noch größer werden und wir werden uns gemeinsam darauf freuen, wenn wir uns wieder für immer in die Arme schließen können. Was müssen wir tun? Das ist ganz einfach. Wir müssen zusammenhalten und fest daran glauben, dass wir das schaffen. Hermine, ich liebe dich, weil ich dich lieben muss. Ich liebe dich, weil ich nicht anders kann. Wenn ich dich dadurch verliere, könnte ich mir das nicht verzeihen, denn dann heißt es, ich habe nicht genug getan, um dies zu verhindern. Ich will, dass du bei mir bleibst. Bitte, glaube mir. Es gibt keine andere. Es gibt nur dich. Ich liebe dich. Draco Als Hermine mit dem Lesen fertig war, rollten ihre Tränen übers Gesicht. Es waren Tränen der Wut, der Trauer und der Enttäuschung. In Hermine war ein pures Gefühlshaus. Sie wusste nicht mehr, was sie denken sollte. Der Brief war so schön und zeigte von Dracos wahren Gefühlen. Doch konnte sie ihm vertrauen? Wieso sollte sie es nicht tun? Denn immerhin schrieb er das auf, was ihm auf der Seele lag. Sie nahm ihr Handy und wählte seine Nummer. Hermine, wie geht es dir? Mir geht es gut, danke. Ich habe eben deinen Brief bekommen, sagte sie. Hast du ihn gelesen? fragte er nach. Sonst würde ich wohl kaum anrufen, meinte sie. Draco musste lachen. Ich weiß, das war eine dumme Frage. Ist es wirklich so passiert? fragte sie nach. Du hast es doch gelesen, oder nicht? hakte er nach. Ja, habe ich, aber ich würde es gerne von dir noch einmal hören, sagte sie leise. Draco atmete aus. Ja, es ist so passiert, Hermine. Genau so, wie ich es dir geschrieben hatte. Es klopfte an der Tür und unterbrach ihr Gespräch. Hermine, wir müssen los. Das Verfahren fängt gleich an. Ich komme. Draco, ich muss los, sagte sie. Viel Glück, sagte er. Danke. Sie legten auf und Hermine verließ ihr Zimmer. Sie war aufgeregt und hoffte, dass alles gut geht.